Oh, das ist ein US-amerikanischer Rapper, nicht Drake, die haben einen Streit gegeneinander. Nein, 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 die haben einen Streit. Äh, Tufa. Du kennst ihn nicht, er ist auch schwarz, aber... Ich kenn ihn nicht. Derby Snow. Nein, nein, nein. Er heißt... Es gibt auch einen Footballer, der so heißt. Der spielt bei den Raiden. Keine Ahnung. Scheiße. Digga, da kann man drauf spielen, Musik, und das hat richtig viele lange... Geige, Bass, größer, viel, viel größer. Man darf nicht... Viel, viel größer. Geige, Bass... Die sitzen dabei und nutzen nur ihre Hände und haben so ihr Kind da dran. Ihr Kind? Na, ihr Kind, ihr Kind. Ja, so eine große Geige. Ja, wie heißt die? Nein, wie heißt die? Ganz große. Nein, ganz noch größer. Sieht aus wie ein D. Äh, Hafe. Ja. Ähm, äh, 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 dieser eine bei der EM, der spielt da drauf Musik. Auf welchen... Nein, das ist ganz neu. Jetzt bei der EM ist das passiert. Bei der EM... Äh, äh, äh... Hier, du hast jetzt gerät... Nein! Das spielt da mit ihm drauf. Das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's. Das war's, das war's. Das war's, das war's, das war's. 1 von 5. 1 Punkt. Das war ein spannender Start. Ey, das ist das Umfeld hier und wir haben ein bisschen gelernt. Ey, haben wir's egal. Hoch ist, äh, 9? Ne, ey, 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 warte, musst du jetzt checken. Boah, Bruder! Bruder, guck mal, wenn du, ähm, äh, 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 wenn du so Instrumente spielst, ne? Ja. Gibt es Instrumente, die kannst du in der Hand halten und streichen? Darf ich zeigen! Keine Gesten. Ah, keine Gesten. Okay, genau. Das ist das, das ist das erste Wort. Nein, Gitarre ist das erste Wort. Er der Gitarre sagt. Und diese Gitarre macht ja gewisse Geräusche. Ja. Ne? Und die... Nein, die erzeugt eine gewisse... Melodie. Weiter. Weiter. Hey! Nein, falsch. Bruder, das ist ein, das ist ein Spiel auf dem Boden, wo es ganz viele Farben gibt. Twister. Ja. Du musst auch falsch machen damit, um das auszugleichen. Okay. Okay, das sind diese kleinen braunen Dinger, die die, die die Bäume hochklettern. Sind richtig schnell. Ich mach jetzt nach oben. Habe ich? Nein, schnell. Ja, okay, weiter. Das machst du in Haferflocken rein, das ist so braun und das schmeckt einfach richtig lecker. So, äh, es gibt ja so... Zucker und? Zucker und? Mit Milchreis? Zimt. Ja. Ja. Das ist diese... Ja, zu spät. Aber wir haben geschickt. Wir haben andere Kategorien, Digga. Eule. Das wäre jetzt nur fair, wenn wir das machen. Aber wir zu gut erklärt, Digga. Das wären nur fair, Digga. Das war zu schwer, Digga. Aber du hast es richtig gut erklärt, Digga. Boah, danke, Mann. Diese Erklärung war so heftig. Also, die Strafe ist, ihr dürft nicht essen und ihr müsst zugucken, wie die, die Pizza essen. Lecker. Digga, du hast dich geschüttet, Digga. Einfach Zujuk-Pizza, Leute. So eine Lust auf diese Pizza, Digga. Gott, nichts gegessen. Guck mal, wie ekelhaft er ist, Digga. Du bist so ein ekelhafter Mensch. Mal gucken, ob der Zujuk schmeckt. Mhh, Pizza ist echt geil. Hast du so wollen was Pizza? Mhh, ja. Gibt da einen Dip? Gibt da einen Dip? Dann ja, dann ja. Digga, warum fragst du denn, damit die Dip wollen, Digga.